Hallo, mein Name ist Patrick Vollrath. Ich bin der Regisseur von Alles wird gut, einem Kurzfilm, der dieses Jahr für einen Oscar nominiert ist. Und wir sind hier gerade, ich bin hier mit meinem Team gerade in Los Angeles, in den Hollywood Hills. Und wir wohnen in einem wunderschönen, exklusiven, in einer exklusiven Villa in den Hollywood Hills hier, die uns schönerweise gesponsert wurde von FEWO direkt. Und wir sind sehr dankbar, dass sie das machen. Und es ist wirklich ein einzigartiges Erlebnis, hier zu sein. Es ist ein einzigartiges Erlebnis, hier in dieser wahnsinnigen Villa zu wohnen. Und ich und mein Team, wir sind ganz hin und weg von dem Erlebnis, nicht nur bei der Oscar-Verleihung zu sein, sondern auch so exklusiv zu wohnen. Und für uns ist das alles ein einmaliges Erlebnis und das freuen wir uns sehr.